Elvin Su ist ein wahnsinnig guter Koch. So fängt es an. Wir machen heute den 6-Stunden-Burger von Elvin Su. Ihr kennt das vielleicht schon von den 24-Stunden-Chicken-Nuggets, die ich mal gemacht habe. Das ganze Konzept, dass man sehr lange ein Gericht verfeinert. Heute ist der 6-Stunden-Burger dran. Max hat sich, glaube ich, da auch schon mal bedient und hat, ich glaube, die 100-Stunden-Lasagne, glaube ich, gemacht von Elvin. Wir haben schon mal die Nuggets, wie gesagt, gemacht. Die waren fantastisch. Und bei Burgern, da werde ich natürlich ganz schön hellhörig. Da gehen wir systematisch jetzt durch. Es sind sozusagen vier Kapitel, durch die wir durchgehen. Das erste ist das Fleisch. Das zweite ist eine Zwiebel-Soße nicht, aber kommen wir dann dazu. Ich weiß nicht, wie man es genau nennt, aber ihr werdet es mit mir rausfinden. Und Nummer drei ist die Soße. Das letzte ist dann das Belegen. Geht relativ zügig, denn wir ersparen uns schon einen Schritt beim Fleisch, weil Elvin macht dieses Fleisch, schneidet das in kleine Stücke und legt das ins Tiefkühlfach, damit sie hart werden, die Fleischstücke. Und in einem Food Processor, also in so einem Mixer, verarbeitet er das dann zu Hackfleisch. Wir haben aber den Vorteil, wir müssen nicht einfrieren, das heißt, es spart uns zumindest ein bisschen Zeit. Wir haben schon eine Fleischmaschine, einen Grinder sozusagen. Da können wir jetzt Hackfleisch draus machen und damit fangen wir auch direkt an und verarbeiten diese beiden Stücke Fleisch. Das ist einmal ein Braten und einmal, ich habe es nochmal gerade extra geguckt, Rindernuss. Ist es das gewesen? Weiß ich nicht. Zu Hackfleisch. Das ist fettiges Fleisch. Das war die Empfehlung, ungefähr das Äquivalent. Wir haben dann mit unserem Metzger drüber geredet. Ich würde sagen, let's grind. Und dann geht's los mit dem Hackfleisch. Machen wir ein paar schönen Schrott, würde ich sagen. Let's go. Perfekto. Hier können wir jetzt gleich noch den Rest von unserem frisch gemachten Hack dazunehmen. Wir vermengen das jetzt alles nochmal, damit sich das vernünftig verteilt und machen dann daraus kleine Kügelchen. Kennt ihr sicherlich schon, weil selbst bei Elvin's Soush smasht man am Ende die Burger. Und das mache ich jetzt schnell fertig, stelle die dann in den Kühlschrank und dann kommen wir schon direkt zu Nummero dos, was wir brauchen für den unfassbar lang brauchenden Double Cheese Burger Onion Style. Von daher, let's Bällchen. Ich mache jetzt erstmal alles in der Schüssel, ein bisschen umzumischen. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Wir haben jetzt hier ungefähr gleichmäßig gerollte Bällchen. Acht Stück. Wir brauchen immer zwei für einen Burger. Wir haben auch vier Patties hier schon. Jetzt geht's aber für die Kollegen nochmal kurz in den Kühlschrank. Deswegen kommen die jetzt erstmal wieder hier drauf. Und dann machen wir sofort weiter mit Step Nummero dos. Und das geben wir diesen Zwiebelchen hier. Karamellisierte Zwiebeln. Es sind karamellisierte Zwiebeln, die wir jetzt machen. Er nimmt sich da zwei Stunden Zeit für. In einem Topf Zwiebeln, Butter noch mit rein. Dann ein bisschen Salz drüber. Oder Zucker? Ich weiß es nicht. Karamellisieren höchstwahrscheinlich Zucker, oder? Ja, ein bisschen Zucker drüber noch. Dann immer nochmal ein bisschen Wasser, falls es zu warm wird. Auf kleiner Hitze muss das dann durchgeblubbelt werden. Das heißt, Schritt eins wäre jetzt erstmal Zwiebelchen schneiden. Let's do this real quick. Quick. Schneid, 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 quick, quick. Das hat nur eine coole Brille und Dings gebraucht. Aber so schnell kann es gehen. Wir fangen jetzt an. Butter wird karamellisiert. Das geht einfach, indem man Butter ein bisschen wärmer aufköcheln lässt. Dann wird die so schön braun. Also braune Butter machen wir sozusagen daraus. Habe ich karamellisiert gesagt? Ich glaube schon, ne? Das ist komplett falsch gewesen. Ich mache einfach nur braune Butter da draus. Oh, richtig schön. Richtig schönes, dickes Stück Butter, Miguel. Geht auch was. Oh, da geht mal was. Jetzt komm mal her. So. Das lassen wir jetzt ein bisschen einschmelzen. Und dann kommen schon die Zwiebelchen drauf. Und dann geht dieser ganze Karamellisierungsprozess. Zwei Stunden. Wir fassen das völlig schön zusammen. Warm machen. Zwiebelchen rein. Einschmelzen lassen. Zucker rein. Wenn es ein bisschen anbrennt, Wasser aufschütten, damit es nochmal ein bisschen einblubbeln kann. Schön langsam karamellisieren lassen. Das wird das erste Mal, dass ich das mache und ich hoffe, ich schaffe das. Drückt mir die Daumen. Bis zum nächsten Mal. das hier ist jetzt aus unseren vier zwiebeln geworden das ist echt voll crazy karamellisiert bis zum ende ich habe immer wieder wie gesagt ein bisschen wasser nachgeschüttet jetzt ja gerade alles gesehen und das ist jetzt unsere karamellisierte zwiebelpaste jetzt brauchen wir nur noch eine sache brauchen noch eine soße und da machen wir schnell eine selber los geht es ist super super easy zu machen wir haben hier einfach mayo genommen werden noch ein bisschen snack soße von ikea da die haben wir auch mit reingemacht ketchup senf ein bisschen essiggurkenwasser und natürlich mein gewürz wo ihr jetzt mit dem code free waffel natürlich auch ab dem mindestbestellwert von zehn euro gratis gewürz dazu kriegt also zuschlagen kostet 7,99 muss man noch ein gewürz mit reinpacken gönnt euch beste bolo und kann man auch für andere sachen perfekt verwenden jetzt heißt es eigentlich nur noch letztes kapitel zusammensetzen alles wir waren ein bisschen schneller muss ich sagen dadurch dass wir auch induktion haben und uns natürlich auch das alles direkt hintereinander machen der lässt sich immer ein bisschen mehr zeit noch drumrum und macht ganz fancy fleischwolf hat auch geholfen aber insgesamt sind wir auch schon jetzt ein bisschen über zwei stunden dran also sollte der gleiche geschmack sein weil wir haben die ähnlichen konsistenzen fast über erreicht jetzt heißt es burger buns noch anbraten frisch vom bäcker und dann den burger zusammensetzen das machen wir jetzt und danach geht es schon direkt ans tasten der nächste der bürger ist fertig er steht schon hier zusammensetzen ist natürlich super super easy wir haben die beiden bürger bands angebraten noch mal hier mit butter danach natürlich unser selbst gewolftes fleisch gesmashed gewürzt von beiden seiten käse drauf den bahn mit soße noch mal verziert und einen einwickeln lassen bitte die an jens und danach am ende kommen nämlich unsere karamellisierten zwiebeln oben drauf und dann sieht das ganze ding hier so böse aus dazu gesagt wir waren jetzt deutlich schneller das liegt natürlich daran dass elvin gerne auch mal sachen darauf wartet wie zum beispiel wie ich erklärt habe am anfang das fleisch die zwiebeln waren bei uns anstatt zwei stunden innerhalb von jetzt anderthalb stündchen oder sowas um den dreh am start am ende haben wir auch das ganze noch mal gemacht also ich glaube wir haben es so ein bisschen fast halbiert ein bisschen drüber über der hälfte sind wir schon noch aber der geschmack sollte identisch sein das erste mal karamellisierte zwiebeln für mich auch premiere okay dann ein schnitt das saftet darauf durch dieses gerät hier guck dir das mal an alter verwalter und mal wieder ein geiler burger ohne salat bleibt einfach das gleiche ich kann nicht mehr ich bin ich zerlaufe gerade wirklich das ist so amazing let's try das ist das leckerste was ich glaube ich am burger niemals gemacht habe ich meine 100 prozent ehrlich kommt mal hierhin probier ich kann nicht echt kein kochen jetzt so fängt es ja gut an es ist so zart leute das ist das ist saftig aus das muss ich schon krank oh mein gott das geil aus heaven man das ist krank saftet auch schon richtig geil das ist glaube ich echt der beste burger den wir jemals hier gemacht haben wir haben schon richtig gute burger gemacht aber das ding ist ja noch mal ganz anderes level holy shit alter boah ich kann auch nicht mehr ich kann es nicht beschreiben soße ist auch heftig geil ne so belchig und wir haben noch so viel das ist wirklich die offenbarung gerade die hier passiert das ist unfassbar ey ich heule gleich ich bin ganz ehrlich das ist so krank krank das ist der krankste scheiß also ich fange so das hier an leute ich weiß nicht wie ich es sonst sagen soll ich muss dem eine 10 von 10 geben nein das kannst du nicht machen ich kann da ich das ist ein 10 von 10 burger ist ein 10 von 10 burger du brauchst positivität in dieser welt du musst einfach verstehen ihr müsst es nachmachen ihr müsst es nachmachen macht das unter macht das macht es unter dem hashtag macht das hashtag macht das und ihr postet mir das auf twitter und instagram i don't give a fuck ihr müsst es nachmachen nehmt euch die zeit wenn ihr am wochenende eh nichts zu tun habt weil alles weg ist in der welt macht das macht das nehmt euch die zeit tut es einfach leute wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da wenn ihr neu dabei wart gerne ein abo damit wir dieses jahr irgendwas erreichen keine ahnung wir sehen uns im nächsten video wieder das hat mega bock gemacht und ich hoffe euch auch gefallen weil ihr wollt ja auch immer ein bisschen noch kochen sehen nebenbei wir sehen uns beim nächsten mal wieder bei ich lauf jetzt hier raus ich muss gleich noch weiter essen oh mein gott alter ich oh mein gott video ist vorbei ist aber nicht schlimm like mein scheiß und lass ein abo da guck mehr videos guck mehr videos mir fällt nichts mehr ein tschüss